so leute wir sind zurück metro 20 33 ich habe ich einen controller verrecker halt wir gehen drunter wo ich weiß nicht wo ich hin muss da muss ich auf jeden fall nicht hin wir erinnern uns noch beim letzten mal ich habe mich gefehlt darauf muss ich dann da rein okay damit ich für den fischweg sicher dacheldraht passen genau was diesmal schaffen ich weiß immer noch nicht ganz hoch und katz ihn katz ihn oder es ladet es ladet nur sie entwickelt gespannt was ist bis jetzt nichts ich glaube ich kann weiter drücken scheinbar auf dem richtigen weg zu sein da haben wir muni wie nehme ich das jetzt alles ich habe jetzt ein kontroller ok so was haben wir hier für eine waffe wie wechsel ich überhaupt die waffen das weiß ich jetzt natürlich alles gar nicht ich wollte es jetzt gar nicht hier muss aber glaubt mal nachschauen wie ich jetzt hier eigentlich meine waffen wechseln es ist mir jetzt nämlich nicht bekannt steuerung controller voreinstellung nächste waffe ok super gasmaske erfreue geworfen nacht ansicht sprinten ist klar griechen ist auch klar benutzen bd pack und umsehen ok gut dann kriegen wir das auch hin ist eigentlich alles ganz gut vertreten hier so wir haben jetzt können wir jetzt hier die waffe wechseln nicht ganz wo hat er die gasmaske abgenommen hier verdammt ach da wir sterben wenn ich die abnehmen ok nimm sie wieder da oben oben und so was so jetzt sollte ich nicht mehr so schwer abnehmen und ich will eigentlich wir haben fast keine muni das ist voll ekelhaft hier ich will eigentlich die waffe hier nehmen aber wahrscheinlich haben wir die schon gar ok von was haben wir denn viel muni von der hier sonst haben wir gar keine muni hier sieht es nicht gesund aus harmonie sehr gut für die massmaske hat er eine gasmaske für uns können wir die nehmen ich glaube untere ist langsam nicht mehr so gut ne boah der atmet so schwer das macht mich krank wo waren wir hier waren wir hier ne sind ja nicht so gut die hier schon kam ich sehe fast gar nichts mehr Da ist er. Hallo. Wie schwer der mir atmet. Das ist voll unangenehm. Nimm mal die Maske. Oh, gehts jetzt besser? Ja. Eine neue Gasmaske, Leute. Wir sind fast da. Nur noch einen Aufreiter. Oh, ist schon angenehm, ey. Jetzt haben wir nicht mehr diese ganzen Treffer drauf. Sonst noch was? Nicht ganz. Hey, warte auf mich. Leider. So. Was war das? War wahrscheinlich ich. Muss ich mal da lang? Gut. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich hier zum Beispiel das Dicht anmache. Ich hab mich jetzt. Keine Ahnung. Ja, und jetzt? Jetzt speichert das Spiel. Ist schon mal gut. Ah. Ich hab irgendwie den Schütz. Ich mach erstmal gar nichts. Wir warten. Wir warten, was auch er macht. Wenn er was macht, dann machen wir auch was. Lass uns weiter gehen. Passt. Scheiße. Kannst du sie hören? Ja, und es sind nicht gerade wenige. Lass uns ein Stück zurückfallen. Ja. 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 leute überdreht man nicht hier ja alles klar der gesetz ja noch mal zur party dazu schon übertreiben gleich kommt dann auch noch gleich diese bestie mit als wir in den untergrund gingen erschreckte es mich dass meine stadt nun ein fremder und feindlicher ort war ich hatte mich hier sicher gefühlt in der dunkelheit der metro umso mehr als börben behauptete er hätte in der trockenen station freunde die trockenen station werden wahrscheinlich gleich da sein oder wie gut sucht die station ist unter kontrolle der bandit wir müssen leise sein und uns umsehen wenn wir meine freunde nicht sehen müssen wir weg okay schauen wir mal was sonst in dieser trockenen station erwartet leute ich erinnere mich an dieses gitter wir müssen nur nur scheiße da passe ich nie durch na gut du bleibst hier was macht er und drehen wir sind gut so er hat sich jetzt reingeschlichen ich habe etwas mit ihm zu besprechen der boss aber natürlich der boss soll es also sein wo solltest du sonst hin wollen okay das reicht sonst müssen wir ihn mitschleifen bewegung das bringen wir später zu ende die frage ist was soll man aber etwas vergisst ich sehe seine sachen nicht okay gut und jetzt was sollen wir jetzt machen hier gibt es nichts als ratten okay na gut dann gehen wir so wir nehmen natürlich die ganze monitor ist klar und was haben wir jetzt hier eine akka oder was ich bin wirklich gut aus aber wir können die mask jetzt endlich abnehmen sie mich so gestört hat okay ich weiß nicht wo wir hin müssen das aufpassen leute also wir müssen die leichen und schauen das sind natürlich die leute nicht sehen ja alles klar alles klar genau genau jetzt ist was passiert wenn wir die staffel dratten 10 und da einfach mal rauf gehen wahnsinn moment nochmal nachschauen wie wir nochmal genau licht an machen ich bin zu blöd steuerung so kontroller voreinstellung wahrscheinlich nachtsicht ne du hast doch noch zurück nach oben und der wechselt die wochen eigentlich links rechts werden die waffen er macht das durch nach oben und unten alles klar bin ich jetzt leicht verwirrt also merkwürdig moment das spiel und das spiel ob sie nicht nachtsicht wechselte die waffen okay bewegen sprinten zeit zielen tonal menü schießen nachladen springen kriechen benutzen medipack umsehen umsehen und licht okay okay super ja weil ich das jetzt sehr gefährlich licht ist ja wirklich gefährlich die frage ist wie mache ich jetzt das licht hier an du schuldest mir vor der kreis mhm ja auch nicht naja gut wir nehmen jetzt erstmal hier die shotgun und bewegen uns langsam nach vorne also also gib mir meine magazine okay da ist der stacheldraht okay jetzt schwimmen wir natürlich rüber mann ey ich will das gar nicht glaubt die entdecken mich jebald ich komme wahrscheinlich nicht vorbei wir uns nur nicht entdecken leute es ist nicht so bist du glaube ich ich werde hier reisten scheiße oh mann das sind vier leute ich glaube kommen dass sie da vorbeikommen ach man ey es gibt hier sicher wir können die maske jetzt abnehmen so scheiße schon wieder verloren der typ pennt wahrscheinlich ist relativ der kommt zurück ich glaube wir müssen auch wirklich richtig schön beobachten wie die leute das machen so wie die gehen okay der kommt hierher der kommt hierher scheiße 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 okay jetzt durch wow okay Dreck okay wir werden sterben okay ganz ruhig abwarten abwarten wunderbar äh 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 bis zum nächsten paar tschü tschü und ciao